Und da haben wir sie noch mal die kleine Thea. Ja, schaut sie euch an. Es ist wirklich eine ganz, ganz zuckersüße kleine Hundedame. Und sie wird auch relativ klein bleiben. Sie ist jetzt zwei Monate und sie ist das flauschigste Hundebaby, das ich in meinem Leben bisher in den Armen halten durfte. Ja, sie mag auch das grüne Gras. Und sie ist schon sehr verspielt. Aber das sind natürlich alle Welten. Im Moment sind sie aber alle auch ein bisschen müde. Es ist Mittagszeit, es ist relativ heiß, gerade in Nordgriechenland. Aber ich hoffe, ihr kriegt trotzdem einen ersten Eindruck von der kleinen Thea. Und wir sagen jetzt mal viele liebe Grüße. Und ihr könnt euch gerne bei Tierfreunde Griechenland melden, wenn ihr Interesse habt an der kleinen Thea.